Ein Ford Kuga steht hier zum Verkauf. Der schwarzfarbene SUV ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 179 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,2 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 1 1 1 8 5 Untertitelung des ZDF, 2020